Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Metallis Look, Kim Kardashian begeistert in knappen Bikini. Mit dieser Aufnahme kann Kim Kardashian, 41, bei ihren Fans punkten. Dass die Unternehmerin gerne zeigt, was sie hat, ist kein Geheimnis. Auf ihrem Social-Media-Profil häufen sich Aufnahmen in sexy Klamotten und auch auf dem roten Teppich stiehlt Kim öfter mal allen die Show. Jetzt präsentierte sich die vierfache Mutter in einem knappen Strandoutfit und raubte vielen Betrachtern damit offenbar den Atem. Auf Instagram teilte Kim ein Foto, auf dem sie in einem silbernen Bikini-Form-Badezimmerspiegel posiert. Der metallisch schillernde Zweiteiler bedeckt gerade einmal die nötigsten Stellen und zaubert ein superpralles Dekolletete. Passend zu Höschen und Oberteil trägt die US-Amerikanerin auch eine verspiegelte Sonnenbrille in derselben Farbe. Zu der Aufnahme, die mehr als zwei Millionen Likes in wenigen Stunden sammeln konnte, schrieb sie lediglich bald. In einem zweiten Post enthüllte sie, dass es sich bei dem silbrig glänzenden Bikini um ein Teil ihrer neuen Kollektion handelt.